Ein wunderbares Plätzchen. Und so unberührt. Wir sollten hier öfter ein Picknick machen. Ist doch immer wieder schön, mit seinen Verwandten zusammen zu sein, nicht wahr, Fester, alter Junge? Du schließt mir im Mondlichtpacksle. Ich könnte noch ein bisschen Blässe vertragen. Entschuldigung, Onkel Fester. Braver Junge. Hi, Paxle. Ich hab das perfekte Grab gefunden. Wo wollt ihr hin? Die Toten aufwecken. Zieht eure Jacken aus, sonst tut ihr euch keine Erkältung. So ist's schon besser. Dann los, ihr beiden Racker. Das Abendessen ist schon fast fertig. Inaftra, Tempori, Indomestasee, Noris. Oder, Sechlorum, Biuradox Dolorum. Dupla. Jetzt. Das wird sowieso nie klappen. Trinken wir auf den Tod. Auf, dass uns niemals etwas trennen möge. Hallo, Cousin. Mordescher. Mein Herz. Ich bin fast gestorben vor lauter Verlangen. Ich bin fast gestorben. Ich bin fast gestorben. We'll be going to the Addams Family, we'll be coming to the Addams Family, now! Snap, snap! Blood Addams, wie er leibt und lebt. Freut mich, dich wiederzusehen, Cousin. Es ist schön, wieder da zu sein. Kinder haben einen der trefflichsten Addams wiederbelebt. Eklig und widerlich, heimtückisch, betrügerisch und sadistisch. Yep, ein richtiger Frauenheld. Ich erinnere mich, dass zwischen Blood und Morticia was lief, nicht wahr? Ja, Morticia und ich wären längst verheiratet, wenn Gomez nicht dazwischen gekommen wäre. Und mein vorzeitiger Tod. Und wie bist du gestorben, Cousin Vlad? Erstickt. An einem Zahnstocher. Und was hast du für Pläne jetzt, wo du von den Toten wieder zurück bist? Ach, ich weiß noch nicht. Ein bisschen reisen, sehen, was es Neues gibt, etwas lesen, Gomez umbringen und dich heiraten. Der gute alte Vlad, er hat schon immer die besten Witze erzählt. Naja, die Sache mit dem Zahnstocher war natürlich nicht komisch. Puzzle, was habe ich dir übers Rumrennen im Haus gesagt? Niemals ohne Schere. Danke, Mutter. Rieche ich da etwa verwistes Fleisch? Ich war 15 Jahre tot, weißt du? Ich meine doch nicht dich. Der Geruch ist unverwechselbar. Mama hat eine Ladung von ihrem Fliegenpilz Arsen. Auflauf fertig. Kommt und greift zu. Und, Vlad, wie ist es, wenn man tot ist? Das musst du schon früh genug erfahren. Die kleine Wednesday. Wie geht es dir, Bella? Ich trau dir nicht. Fühl dich wie zu Hause, Vlad. Genau das habe ich vor. Ich habe dich nie gemocht, Vlad. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich werde es rausfinden. Ich werde dich beobachten. Und wo immer du gehst und stehst, werde ich da sein. Das werden wir hier sehen. Oder hier. Hier hat sich nicht viel verändert in den letzten 15 Jahren, Gomez. Das Haus ist immer noch exquisit eingerichtet. Morticia sieht immer noch bezaubert aus. Fester ist nach wie vor ein hohlköpfiger Schwätzer. Und du bist immer noch nicht tot. Noch nicht. Tja, tut mir leid. Man kann eben nicht alles haben. Perfekt. Und jetzt kommt die Krönung von Sianz. Oh, ich vergaß die älteren Mitbürger. Seniorenwohnungen mit versetzten Ebenen. Warum ist mir das nicht eingefallen? Du bist ein kreativer Zerstörer. Geschmeichler. Reden wir doch mal Tacheles. Ich habe das Gefühl, du führst was im Schilde. Ach ja. Als junge Männer haben wir bis aufs Blut um Morticias Liebe gekämpft. Muss überraschend gewesen sein, von den Toten aufzuerstehen und uns verheiratet zu sehen. Zum Wohle. Halb so wild. Ach, ich bin froh, dass du nicht nachtragend bist. Upp, Schwamm drüber. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Ja, lass uns das Kriegsbeil begraben. Oh! Vlad? Vlad? Ach komm schon, Mama. Warum muggelst du nicht? Hallo, Vlad. Sag mal, ist irgendwas anders an dir? Der Haarschnitt? Morticia, ich muss dringend mit dir reden. Es gibt etwas, das ich unbedingt loswerden muss. Au, das tut weh. Mach schon, Toda. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Tja, du hast recht, Granny. Darf ich bitte? Du siehst übrigens absolut furchterregend aus. Danke. Keine Ursache. Eigentlich wollte ich mit nur Tische allein sprechen. Endlich sind wir allein. Au! Au! Du hast mir meinen Arm ausgekugelt. Das tut mördermessig weh. Ich bin beunruhigt. Was ist los? Cousin Vlad ist ein gemeingefährlicher Verrückter. Ein blutunstiger Irrer. Ein geistesgestörter Psychopath. Vergessen wir mal seine guten Eigenschaften. Er versucht, Vater umzubringen. Wir können nicht untätig mit ansehen, wie ein Familienmitglied in Gefahr schwebt. Nein! Du sagst es. Vlad muss verschwinden. Koste es, was es wolle. Erinnerst du dich, Maltyshire? Wie könnte ich das jemals vergessen? Ja, der Abschlussball. Wir tanzen die ganze Nacht. Auf Gräbern. Und ich habe den Punsch. Mit Nägeln gewürzt. Das waren noch Zeiten. Du und ich, wir waren das perfekte Paar. Du weißt, wir könnten das alles wiederhaben. Wovon sprichst du, Vlad? Gut, ich bin zwar tot. Und vielleicht ist mein Fleisch verwest. Aber nicht meine Liebe zu dir. Hier, nimm mein Herz, meine Leber, meine Milz oder welches Körperteil du auch immer haben willst. Aber Vlad... Gomez! Vergiss Gomez. Mottyshire. Ich liebe dich. Ich werde so tun, als wäre nichts vorgefallen. Wenn Gomez wüsste, dass sein eigener Cousin ihn betrügt, würde es ihm das Herz brechen. Oh ja, sie liebt mich. Karamia. Wenn ich dich nicht haben kann, dann will ich nicht mehr länger leben. Ich glaube, er kommt. Fertigmachen, Onkel Fester. Gut, sag mir einfach wann. Bomben runter. Hat nicht funktioniert. Und was jetzt? Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann... Gomez. Du siehst aus wie der aufgewärmte Tod. Du weißt, wie sehr mich das verwirrt. In der Tat, das weiß ich nur so gut. Gomez. Komm, wir spielen Bestatter. Ich bin schon Feuer und Flamme. Engelchen. Narin. Du hast mich zutiefst verletzt. Ich liebe es, wenn du niedergeschlagen bist. Gomez, geh nicht. Du fehlst mir noch. Verzeihung ist wohl ein schlechter Zeitpunkt. Nein. Ich wollte sie gerade verlassen. Jetzt könnt ihr beiden Turpeltauben ja da weitermachen, wo ihr heute Nachmittag aufgehört habt. Gomez. Nein, nein. Nur keine Sorge. Ich gehe ihm hinterher. Das tue ich doch gern. Ich werde ihm alles erklären. Ähm, gleich nachdem ich ihn getötet habe. Au! Beeil dich, Paxlik. Cousin Vlad wird jede Minute hier sein. Fertig. Bist du sicher, dass das funktioniert? Tod sicher. Wenn Cousin Vlad über den Draht stolpert, steht ihm die Überraschung seines zweiten Lebens bevor. Ich glaube, da kommt jemand. Ich glaube, da kommt jemand. Es hat funktioniert. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Siehst du? Also dazu habe ich ein gespaltenes Verhältnis. Ja, schon viel besser. Nicht schlecht, Kinder. Aber der Tod steht mir gut. Tote leben länger. Wir haben ein Problem. Wie wird man jemanden los, der schon tot ist? Mit Hexerei. Ihr habt ihn mit einem Zauberspruch zum Leben erweckt, also müsst ihr ihn mit einem Zauberspruch wieder loswerden. Ah, danke, Lörtsch. Ach, du hast die Molchaugen vergessen, Lörtsch. Der Schwanz einer Ratte. Äh, etwas Affengehirn. Ah, und eine Prise Paprika. Und, hast du einen passenden Zauberspruch? Ach, tschi! Großmutter? Hm. Ähm, Großmama. Richtig, richtig. Richtig, richtig. Cousin Vlad. Ich glaube, ich kenne nur einen Zauberspruch, der hier passt. Ähm, aber der ist ziemlich lang. Das ist alles ein Spruch? Wiederbelebung ist einfach. Den lebenden Toten wieder loszuwerden. Oh, das ist ziemlich kompliziert. Das erklärt das Phänomen, Keith Richards. Ah, ja. Tschernobyl. Die Krawalle in L.A. Ach, Händchen. Eiskaltes. Wie werde ich unsere Familienurlaube vermissen? Dummisch, pass auf! Fest ab! Lass Cousin Vlad los, du tust ihm noch weh. Aber er versucht, dich umzubringen. Mach dich doch bitte nicht lächerlich. Er will mir nur meine Frau ausspannen. Deine Frau? Mir hat sie zuerst gehört. Du hast sie mir ausgespannt. Du warst tot. Aber jetzt bin ich wieder da. Ja, wo er recht hat. Da bleibt uns wohl nur eins zu tun. Sie zwei teilen. Jeder kriegt eine Hälfte. Nein, wir werden uns duellieren. Der Gewinner bekommt sie ganz. Das heißt, wenn du Manns genug bist, Gormis. Gentlemen, wählen Sie Ihre Waffen. Tja, du hast verloren. Jetzt mach dich auf deinen Tod gefasst. Gormis, den kenne ich doch schon. Und jetzt beginnt mit dem Duell. Haben wir nicht zu längst angefangen? Gutes Raum, Gormis. Raffiniert an meiner Beidlatt. Tja, was man mit dem Kopf hat. Was ist hier los? Ein Duell auf Leben und Tod. Nimmt jemand noch Wetten an? An deiner Stelle würde ich auf deinen Vater setzen. Der hat Flatsch schon fast im Sand, mein Junge. Du, 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 du. Ähm, äh, er wiegt seinen Gegner nur in falscher Sicherheit. Wir müssen uns beeilen. Schnell das Zauberbuch. Vater braucht uns. Anger. Mach weiter, Gormis. Ein bisschen steif, die toten Knochen, was? Der Nebel! Verfehlt! Omni, Gantas, Bussabi, Muska, nun mach schon Wednesday! Sie liebt mich nicht! Sie liebt mich! Abra Matabra! Chiaga, Niagara, Solara, Altara, Usambara, Bini, Bibi, Arrivederci, Lazifer, Gizifer, Lucifer, Hirare, Decitus, Pantalus, Origano, Benduchi, Eno, Domine, Tempest, Pocorare, Hernando, Duculus, Totali. Du bist unbewaffnet, das kann ich nicht machen. Danke, Küssner. Ich erkläre den Daumenkrieg. Eins, zwei, drei, vier, vier. Nimm den Daumen auf meine Narbe! Du meine Güte! Darling, was ist los, du verhältst? Ich aber merkwürdig. Was hast du denn erwartet? Du bist in einen anderen Mann verliebt! Komm, jetzt bist du etwa auf Cousin Vlad Eifersicht? Sollte ich nicht! Ich hab euch schließlich Infragrant die Delektor erwischt! Hast du wieder hinter mir her spioniert? Du weißt doch, wie sehr ich das liebe. Fugli, Donner, Blitzen! Du weißt, ich schätze deine gewaltige Leidenschaft, Gomez, aber sie ist überflüssig. Du hast doch mein Herz bereits. Du brauchst nicht mehr darum zu kämpfen. Wirklich? Ich könnte nur mit dir unglücklich sein. Karamira! Mon cher! Oh! Oh! Für dich, meine Liebste. Was für ein Romantiker. Konstantino! Das wird dich wegblassen! Ivan! Monte! Osman! Koi, Garibaldi! Oh, diese Schlau-Burger! Komet! Pygmy! Cupid! Mozzarella! Warte, Wednesday! Sieh doch! Karamira! Ich hab gewonnen! So leicht geht dein Tod dann nicht zu Boden, ohne... Er lebt! Mach schneller, Wednesday! Ich schneid! Ich teid! Ui, geh! Wow, Wednesday! Du hast ihn in ein Häufchen Staub verwandelt! Mein Held! Morticia, mein Engel! Du weckst die Kinder auf! Sie sind todmüde! Oh, ist das alles, was vom Cousin Flatte übrig ist? Kein Toter wird mich je in so einem lächerlichen Kampf besiegen! Ja, du bist wahrlich ein großer Kämpfer! Bist du unglücklich, mein Engel? Oh, ja, ja! Vollkommen! Geist! Etwas Magenessenz! Ist es schon fertig, Mama? Ist es endlich fertig? Noch nicht! Die wichtigste Zutat fehlt noch! Danke, Schätzchen! Und rein damit! Das müsste reichen! Es würde ihn freuen, dass wir ihn alle zum Fressen gern haben! Danke! Und dann, wir fangen euch an. Ooooooooh! Noch nicht. Tja, tut mir leid. Man kann eben nicht alles haben. Perfekt. Und jetzt kommt die Krönung von Sianze. Uh, ich vergaß die älteren Mitbürger. Oh! 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 Seniorenwohnungen mit versetzten Ebenen. Warum ist mir das nicht eingefallen? Du bist ein kreativer Zerstörer. Geschmeichler. Reden wir doch mal Tacheles. Ich hab das Gefühl, du führst was im Schilde. Ach ja. Als junge Männer haben wir bis aufs Blut um Mortishas Liebe gekämpft. Muss überraschend gewesen sein, von den Toten aufzuerstehen und uns verheiratet zu sehen. Zum Wohle. Halb so wild. Ach, ich bin froh, dass du nicht nachtragend bist. Upp, Schwamm drüber. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Ja, lass uns das Kriegsbeil begraben. Vlad? Vladi! Ach komm schon, Mama. Warum muggelst du nicht? Hallo Vlad. Sag mal, ist irgendwas anders an dir? Der Haarschnitt? Morticia, ich muss dringend mit dir reden. Es gibt etwas, das ich unbedingt loswerden muss. Au! Das tut weh! Mach schon, Toter. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Tja, du hast recht, Granny. Darf ich bitten? Du siehst übrigens absolut... Der gute alte Vlad. Er hat schon immer die besten Witze erzählt. Naja, die Sache mit dem Zahnstoff war natürlich nicht komisch. Pugsley, was habe ich dir übers Rumrennen im Haus gesagt? Niemals ohne Schere. Danke, Mutter. Rieche ich da etwa verwistes Fleisch? Ich war 15 Jahre tot, weißt du? Ich meine doch nicht dich. Der Geruch ist unverwechselbar. Mama hat eine Ladung von ihrem Fliegenpilz Arsen. Auflauf fertig. Komm und greif zu. Deliziös. Und, Vlad, wie ist es, wenn man tot ist? Das musst du schon früh genug erfahren. Die kleine Weinstein. Wie geht es dir, Belle? Ich trau' dir nicht. Fühl' dich wie zu Hause, Vlad. Genau das hab' ich vor. Ich hab' dich nie gemocht, Vlad. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich werd's rausfinden. Ich werde dich beobachten. Und wo immer du gehst und stehst, werd' ich da sein. Das werden wir ja sehen. Oder hier. Hier hat sich nicht viel verändert in den letzten 15 Jahren, Gomez. Das Haus ist immer noch exquisit eingerichtet. Morticia sieht immer noch bezaubert aus. Fester ist nach wie vor ein hohlköpfiger Schwetzer. Und du bist immer noch nicht tot. Furchterregend aus. Danke. Keine Ursache. Eigentlich wollte ich mit Morticia allein sprechen. Endlich sind wir allein. Au. Au. Du hast mir meinen Arm ausgekugelt. Das tut Mörder-mäßig weh. Ich bin beunruhigt. Was ist los? Cousin Vlad ist ein gemeingefährlicher Verrückter. Ein Blut- und Zigarre. Ein geistesgestörter Psychopath. Vergessen wir mal seine guten Eigenschaften. Er versucht Vater umzubringen. Sie können nicht untätig mit ansehen, wie ein Familienmitglied in Gefahr schwebt. Nein! Du sagst es. Vlad muss verschwinden. Koste es, was es wolle. Erinnerst du dich, Morticia? Wie könnte ich das jemals vergessen? Ja, der Abschlussball. Wir tanzten die ganze Nacht. Aufgräber. Und ich habe den Punsch. Mit Nägeln gewürzt. Das waren noch Zeiten. Du und ich, wir waren das perfekte Paar. Du weißt, wir könnten das alles wiederhaben. Wovon sprichst du, Vlad? Gut, ich bin zwar tot. Und vielleicht ist mein Fleisch verwest. Aber nicht meine Liebe zu dir. Ein wunderbares Plätzchen. Und so unberührt. Wir sollten hier öfter ein Picknick machen. Ist doch immer wieder schön, mit seinen Verwandten zusammen zu sein, nicht wahr, Fester, alter Junge? Du stehst mir modlich, Paxli. Ich könnte noch ein bisschen Blässe vertragen. Entschuldigung, Monte Fester. Braver Junge. Hi, Paxli. Ich habe das perfekte Grab gefunden. Wo wollt ihr hin? Die Toten aufwecken. Zieht eure Jacken aus, sonst tut ihr euch keine Erkältung. So ist's schon besser. Dann los, ihr beiden Racker. Das Abendessen ist schon fast fertig. Inaftra, Tempori, Indomestase, Noris. Order, Seclorum, Vioradox, Dolorum. Dupla, jetzt. Das wird sowieso nie klappen. Trinken wir auf den Tod. Auf das uns niemals etwas trennen möge. Hallo, Cousin. Morticia. Mein Herz. Ich bin fast gestorben vor lauter Verlangen. Oh. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Vlad Adams, wie er leibt und lebt. Freut mich, dich wiederzusehen, Cousin. Es ist schön, wieder da zu sein. Kinder haben einen der trefflichsten Adams wiederbelebt. Eklig und widerlich, heimtückisch, betrügerisch und sadistisch. Ja, ein richtiger Frauenheld. Ich erinnere mich, dass zwischen Vlad und Morticia was lief, nicht wahr? Ja, Morticia und ich wären längst verheiratet, wenn Gomez nicht dazwischen gekommen wäre. Und mein vorzeitiger Tod. Und wie bist du gestorben, Cousin Vlad? Erstickt an einem Zahnstocher. Und was hast du für Pläne jetzt, wo du von den Toten wieder zurück bist? Ach, ich weiß noch nicht. Ein bisschen reisen, sehen, was es Neues gibt, etwas lesen, Gomez umbringen und dich heiraten.